hallo herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute bin ich hier wieder in roblox adopt man zwar nicht immer im haus denn ich habe mein haus neu dekoriert alles verkauft alles neu gebaut und ich finde so eigentlich viel viel schöner und ich möchte jetzt eigentlich noch mal umbenennen weil zuerst habe ich so genannt ja egal das mache ich einfach irgendwann mal so heute habe ich mal was vor und zwar möchte ich heute diesen fisch mit euch zusammen öffnen und gerade trade ich nicht mit euch zusammen diesen fisch öffnen weil den habe ich von mimi schleich channel bekommen sie wollte ihn mir schenken leute sie wollte ihn mir wirklich schenken ich habe dafür war die biege geben weil ich meine das kostet und was mit 100 robux das kann sie mir doch nicht schenken das ist super super nett aber nein das konnte ich einfach nicht akzeptieren weil davon hat sie dann ja nichts und deswegen habe ich einfach meine biene gegeben ich hoffe sie ist damit zufrieden und ich wollte halt unbedingt mit dem video immer in einem video mit euch zusammen öffnen deswegen lauf ich hier gerade schon hin und fragte ich nicht warum ich mich nicht teleportieren wenn ich mich teleportieren brauche ich irgendwie noch länger habe ich das gefühl keine ahnung aber eigentlich teleportiere ich mich immer weil ich finde es da zu lange aber okay jetzt sind wir hier im eisladen und kunden den dinge daraus den fisch das sagenhaft und ich freue mich mega vielleicht können wir den goldenen wenn wir glück haben wenn wir pech haben es ist nicht schlimm weil ich finde den normal auch cool und jetzt werfen wir in wien oh mein gott die jetzt okay wir haben alle normalen bekommen ein gold aber auch cool aber wir haben den normalen bekommen mein gott mega süß ich habe hier noch keinen pinguin deswegen ist es cool yes den können wir gleich auch um benennen zu der darf einfach nur blumen heißen so heißt er oh mein gott der ist mega süß ich freue mich auf jeden fall sehr über ihn schaut man die kommentare wie ihr so pinguine findet und das ultra selten eigentlich ist das ja dann gerecht weil die bine ist auch ultra selten und ich finde pinguine irgendwie noch besser als so eine biene deswegen ja ich finde die biene irgendwie nicht so toll also auch toll aber den mag ich mehr irgendwie und ja leute genau und das war es dann eigentlich schon mal wieder ich weiß das video war wirklich sehr sehr kurz und ja ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen und ja wir sehen uns dann einfach beim nächsten mal wieder tschau